Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Plasma dran von Agente Feuerwerk. Wir haben hier 13 Schuss, 30 mm Kaliber mit 260 Gramm NEM. Diese Batterie hat natürlich auch, wie alle anderen, eine Ersatzzündung oben und kostet zwischen 15 und 18 Euro, je nachdem, wo ihr sie kauft. So würde ich sagen, gehen wir gleich raus zur Zündung der Plasma. So, jetzt im Test die Plasma von Agente, 13 Schuss, auch wieder 30 mm, schauen wir uns mal an. Ja, fand ich jetzt in Ordnung, würde ich so ja nochmal kaufen. So, jetzt im Test die Plasma von Agente Feuerwerk. So, jetzt im Test die Plasma von Agente Feuerwerk.